So, hallo hallo und willkommen zu einer neuen Folge von 007 Legends Yeah, ähm ja, ich weiß nicht wo wir jetzt gerade sind, aber wir sind hier auf einem Ein Globus, das schneebedeckt ist Oh, die haben mich entdeckt Jetzt ist mir aber wurscht Ich kill die einfach und dann geht's auch Die haben ja dieselbe Waffe wie ich Zack, Headshot Kannst nichts mehr machen Du kannst sowas von Glück haben, dass du einen Helm hast Ah ne, das war eine optische Täuschung, oh man Also ihr seid aber hier wirklich schwach, ey, Leute Ohne Scheiß Nimm keine Deckung, ist besser Was ist das denn? Was ist das denn? Das hat Onschallen empfordert Ah, okay Munition, Munition, Munition Alter Die zerstreut richtig Na egal, ich versuche es mal wenigstens mit dem klar zu kommen So, was haben wir denn hier? Okay, ähm Ja Auf aller Entfernung weniger Schaden Schnellfeuer Yes So passt es Ähm Wie komm ich denn nach oben? Nein, verdammt Nicht hier Oben möchte ich lang Ah, hier Durch die Leiter, alles klar Ich muss also durch den Schacht, oder wie? Alter Bin ich im Paradies, oder wat? Oh, verdammt Hätte mich auch gewundert, wenn ihr mich nicht gesehen hättet Ich treff nix, verdammt Ich, ich bin gleich auch wieder down, ey Oh, nee, oder? Oh, du Bastard, ey Du hast mich voll erwischt Ah, da oben haben wir noch ein Schachtschutzengewehr Aber ich hoffe, der kriegt mich noch nicht mehr Ha Da hab ich dich jetzt Oh Nicht schlecht Was ist das denn für ne Billigwaffe? Ich hab grad gedacht Ich hatte keine Munition Kann ich da jetzt immer noch nach oben? Nein, kann ich nicht Toll Ah, da kommt er schon wieder, oder? Der hat ne Granate Ah, weg Da hat er sich noch versteckt, ey So, wir kriegen hier wirklich richtig Munition Ah, da hast du dich Da, da hast du doch versteckt Erstmal erholen er hier Haha Ich guck mal nach, was wir hier so finden Denn ich glaube Wie das Hellchen so sagt Sind wir hier nicht allein Wir müssen hier hacken Ah, nee, oder? Boah, ich hasse das, ey Ich hasse das Äh, machen wir mal so Und dann das noch so Und Das noch so Ne Ja, so, okay So passt es Ähm Das hat zwei Seiten Das hat auch zwei Seiten Moment, okay Die sind jetzt fertig Verdammt, ey Verdammt, ey Verdammt, ey Verdammt, ey Verdammt, ey Ähm Dann machen wir mal die Die blaue Seite Ähm Von hier Und dann nach da Dafür brauche ich eine blaue Aber da geht es dann nicht mehr Toll So, okay So passt es auch Dann mache ich mal so Ähm Ja, dann geht es trotzdem nicht Wie beschissen ist das, ey So, die sind fertig Fehlt nur noch eine Yes So geht's Boah, ich hasse diese Minispiele, ey Die hier eingebaut worden sind Die sind schon unnötig, finde ich Er ist in der Kuppel Wie komme ich da am besten hinein Wie konnte der mich von dort sehen Nix passiert, nix passiert Nix passiert Ihr habt mich nicht gesehen What the fuck 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 Boah Alarmiert Okay Das heißt dann Raufballern Brauche Sperrfeuer Brauche Sperrfeuer, ne Okay Du kriegst ein Sperrfeuer von mir What the fuck Warum haben die immer Immer so ein Granat, ne Das sind so fies von denen Kann man damit irgendwas machen? Ne, kann man nicht Na du Verpissen sie sich What the fuck What the fuck Bam Wer schießt da nur Verdammt Also mit der Waffe Kann ich deutlich besser zielen Warum lädt der Typ eigentlich nicht nach Wenn ich renne Wie kann ich nochmal Granaten werfen Bedammter Hake ey Zurück zu der anderen Waffe Wisst ihr was ich an An dieser Waffe so hasse Dass das immer so stottert Also das ist Kein Ja Wie nennt man das nochmal Eine Eine Waffe die immer nach und nach schießt Und nicht halt stotternd Also ich muss dann immer mit der Linken Maustaste immer wieder drücken Damit der auch mal feuern kann und so Wenn ich einmal feuer Dann schießt er so viel mehr nicht Und wenn ich so gedrückt halt auch nicht Guck Einmal und das war's Versprochen Und ich hab grad wegen euch halt Verlo- Äh Dings Ähm Munition Munition verloren Aber egal Ist nicht so schlimm Ja Leute Bei 007 Legends Ist glaub ich nicht mehr weit Hab ich grad gesehen Beziehungsweise ja What the fuck Boah gut dass er noch zu der Waffe gewechselt hat Ich muss dorthin Nee Bevor ich stehen hier noch untersuche Kill ich euch noch alle hier Wo seid ihr hier Grace hat diesen Bereich komplett gesperrt Anscheinend ist hinter jeder Ecke eine Patrouille Hm Lackt manchmal Was ich auch hasse Aber ich muss das mal hier Warten wir denn hier Hä 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 Was war das denn jetzt Die Ja die Strata Okay Ja ist doch dieselbe Ah Ja stimmt Der hat keinen Äh Der hat keinen Anschluss vorne Alles klar Ja dann Das ist gar nicht das man hier Wo man hier hacken kann Ähm Hier haben wir einen Aber den kann man nicht hacken Der folgt dorthin Da Muss der schon wieder hacken Oh verdammte Hacke ey Das Das ist halt mies ne Was die Hersteller gemacht haben Ähm So die rote Seite darf ich ja jetzt nicht verwenden Weil das kann ich eh nicht mehr machen So okay Die beiden sind schon mal sicher Alles klar Dann so Ah Da die rote Seite viel mehr hat Ja okay hab's Ich hab's Das Das war Das war easy Als das vorherige Okay Da gibt's noch einiges Zu verbessern hier Ähm Ne Da nicht Boah Alter Nicht dass ein Gegner kommt Auf einmal Dann bin ich gekillt ey Das Ähm Kompensator Ne Vollautomatisch Jawoll Ja Immer mit dieses Herz schlagen ey Ich hab dich so erwartet Kumpel Das ist oben Okay Fuck Ich hab da einiges vergessen Verdammt Ich hab meine Waffe nicht Äh Komplett Oder Keine Ahnung Wir werden dich finden Boah ihr Hurensöhne Ich hab dich gefunden Einfach alle wegkillen Wegkicken und so ne Ich hoffe ich bekomme hier nochmal so ein äh Waffenmodifizierkasten Wotf Elite Einheit Obwohl die auch vorher waren Ja Pumpgun Ne Jawoll Boah die Waffe geht ab ey Leute Aber Aber Mit der Mit der Waffe darf ich nicht mehr So viel nachladen Denn der lädt langsam nach. Irgendwelche Modifizierkassen? Nein, haben wir nicht. Ist das Ihre Definition von der Welt helfen? Für die Nordkoreaner schon. Nur leider ist das kein Geheimnis mehr. Ich bin nicht der Einzige, der davon weiß. Ach, Sie meinen Ihre amerikanische Freundin, Jinx. James! Ich fürchte, ihr wird schon bald etwas Schreckliches zustoßen. Sind Sie noch da, Bond? Es wird auch schade, wenn Sie das Ableben Ihrer Freundin verpassen. Du bist der nächste Bond! James, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. So, bevor wir weiter machen, mache ich schon einen kleinen Cut und wir sehen uns das nächste Mal. Bis denn! Also, ich könnte ein bisschen,לא R twenties, oder? Bis dann aber auch Gobierno. Sandy S时间 ein bisschen von den Praiences liegen.